Das ist Paul. Paul studiert Medienmanagement an der FHWS und steht kurz vor der Prüfungsphase. Doch leider hat er so gar keinen Durchblick. Gut, dass er früh genug anfängt zu lernen. Paul holt sich seine Informationen aus den unterschiedlichsten Medien. Er durchstöbert nicht nur Bücher und Skripte, sondern forscht auch im Internet bei Google, YouTube und auf Seiten wie Wikipedia. Ganz schön viel Input. Doch wie kann Paul die gesammelten Informationen am effizientesten nutzen? Natürlich, er muss sie filtern, um nur die für ihn relevanten Inhalte herauszuarbeiten. Jetzt ist Paul schon mal ein ganzes Stück weiter und hat vieles dazugelernt. Mit seinem neu erlangten Wissen kann er sich nun mit Kommilitonen austauschen. Denn die Kommunikation ist auch in der Lernphase ein wichtiges Mittel, um sich Informationen besser einzuprägen. Dank der Medien gibt es auch hier viele verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Facebook, WhatsApp, FaceTime, Skype oder die der klassischen E-Mail. So ist Paul dank seines großzügigen Zeitmanagements, des breit gefächerten Inputs und dem Austausch mit seinen Kommilitonen perfekt für die Prüfungen vorbereitet.